2023 war das Jahr der Promi-Trennungen. Iris und Peter Klein, Oliver und Amira Pocher oder Joe Jonas und Sophie Turner, sie alle schockten ihre Fans mit traurigen Liebes-News. Wir zeigen dir die schockierendsten, traurigsten und krassesten Trennungen des Jahres. Erste Peter und Iris Klein trennen sich im Februar 2023. Wenn man an die Trennungen des Jahres denkt, dann kommt man an Peter und Iris Klein, beide 56, definitiv nicht vorbei. Der Stiefpapa von Daniela Katzenberger, 37, begleitete deren Mann Lukas Cordalis, 56, Anfang des Jahres für dessen Dschungelcamp-Teilnahme nach Australien und soll hier Yvonne Wölke, 42, kennengelernt haben. Via Instagram warf Iris ihrem noch Ehemann inmitten der laufenden Staffel schließlich vor, sie mit der Blondine betrogen zu haben. 2. Oliver-Amira Pocher – heftiger Rosenkrieg nach Trennung Mit dieser Nachricht hatte im Sommer 2023 niemand gerechnet. Die Bunte hatte von Insider erfahren, dass die Ehe von Amira, 31, und Oliver Pocher, 45, in der Krise stecken soll. Wenig später gab das Paar in seinem Podcast die Pochers zu. Tatsächlich seit längerer Zeit mit einigen Problemen zu kämpfen zu hatten. Beide beteuerten damals, um ihre Ehe kämpfen zu wollen. Doch im September gab es dann bittere Gewissheit, als die 31-Jährige in dem Audio-Format offiziell verkündete, dass sie und Olli sich getrennt hätten. 3. Britney Spears Sam Asghari – Ehe aus nach nur einem Jahr Im August 2023 gab es weitere bittere Trennungsnachrichten, nach sieben Jahren Beziehung. Und nur knapp ein Jahr nach der Hochzeit verkündeten Britney Spears, 43, und ihr Mann Sam Asghari, 29, völlig unerwartet. Sich getrennt und die Scheidungseingereicht zu haben. Nur kurze Zeit später machten Gerüchte um einen heftigen Streit sowie Fremd-G-Vorwürfe die Runde. Außerdem wurde dem Fitnessmodel unterstellt, seit Jahren gemeinsame Sache mit Britneys Vater Jamie Spears, 71, gemacht zu haben. 4. Joe Jonas Sophie Turner – Liebes aus Liebes Comeback 2016 waren erstmals Gerüchte um eine Liebe zwischen Joe Jonas, 34, und Game of Thrones-Star Sophie Turner, 27, aufgetaucht. Und sie sollten sich bewahrheiten. Nach einigen Jahren Beziehung gaben sich die beiden 2019 das Ja-Wort. Zwei gemeinsame Kinder krönten ihre Liebe, doch 2023 war dann plötzlich alles aus bei dem Traumpaar Hollywoods. 5. Taylor Swift – Verlobung mit Joe Alvin geplatzt Im April 2023 gab es traurige Neuigkeiten von Taylor Swift, 34, nach sechs Jahren Beziehung hatte sich die Sängerin von Joe Alvin, 33, getrennt. Und das trotz Verlobung. Eine Schlammschlacht gab es ausnahmsweise nicht, Insider berichteten, dass sich das Paar freundschaftlich getrennt hätte. Lange allein blieb Taylor Swift aber nicht. Nur wenige Monate nach dem Liebesaus wurde die Beziehung zu NFL-Star Travis Kelche, 34, öffentlich. 6. Sommerhausfluch – Gigi Birofio Dana Feist getrennt Auch 2023 schlug der sogenannte Sommerhaus der Starsfluch wieder zu. Schon vor TV-Start wurde bekannt, dass sich Ricarda Ratz, 31, und Maurice Givak, 25, getrennt hatten. Und dabei sollte es nicht bleiben. Nur wenige Monate nach den Dreharbeiten gab Dana Feist, 27, via Instagram bekannt, dass sie und Gigi Birofio, 24, kein Paar mehr sind. Nachdem sie nach dem Gewalt-Eklat im Sommerhaus mit Valentina Doronina, 23, und Ken Kaplan, 26, noch fest zusammengehalten hatten. Änderte sich das im November 2023. Dana wirft den Italiener vor, sie betrogen zu haben, und zwar mehrfach. Der Dschungel-Camp II. wollte sich in der Öffentlichkeit allerdings nicht zu den Vorwürfen äußern.